Um den ein bisschen zu nerven. Ja, dann macht er mit Wirbler weniger Schaden. Ja. Ich bin für 3 Status Attacken und ich bin für Passate. Jo, wie einfach hier mega Taktik spielen wieder. Wirbler, okay. Oh, tauch raus, bitte, 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 bitte. Woah. Oh, quit. Quatsch los! Oh mein Gott, du ballerst den zum Mond. Wait, wait. Oh mein Gott, alt. Was? Was? The shiny haben wir uns verdient. Was ist passiert?